Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ver- Skywars, diesmal aber nicht alleine, sondern mit dem Gustavo und ja, bei seinem Kanal kommt dieses Video hier auch noch, nur auf oder in eine kleine Perspektive, wenn diese Runde natürlich gut wird, man weiß es ja nicht, sonst löschen wir alles, nicht so wie hier, man weiß es nicht, und hast du hier, Schneewelle, ich würde sagen, dann lass dir die Tore, oder? Oben ist einer, den könnten wir aber zusammen klatschen, hier ist einer unten, 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 jetzt unten, äh, hey, wie der Fuldorf ist die, die sind einfach die Maschinen, okay, du hast beide, ja okay, ja okay, oben, Oder? Hast du gegeppelt? Nee, ne? Nein, hab ich nicht Hab ein Ich bagge, okay Geh weg, wenn du low bist, bist du low? Ja, geh, vier Herzen, ich hab neun Dias Neun Stück? Ja Das ist sehr gut Hast du eine Enderperle? Nein Okay, soll ich dir eine geben? Brauchst du eine? Ja, ne? Okay Was? Oh man, aber die strecken sich ja auch alle, als wenn sie überall, können Oh mein Gott, ey Kommst du? Ja, ich bin Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, was? Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Wir wollten mich ja, aufpassen, er hat nur what Wir könnten beide rauf, komm Okay Ja Eh, Ehre Ehre genommen, er hatte einfach ein Schab Ich hab 14 Dias Ich hab 28 Okay Okay Ich mach mir auch kurz von dir Aber ich brauch eine Werkbank Ach, hier ist eine Soll ich dir eine geben? Hier ist ja eine Soll ich dir eine geben? Hast du ein Diaschwert? Ach, ich hab ja schon eine Hey Ich hab, nein, hab ich nicht Hast du ein Diaschwert besser, weil ich die gedruckt hab? Ich glaub schon Hast du ne Enderperle? Ja Für mich? Nein Oder zwei Stück? Nein Was bauen die dort oben? Ich hab zwei, ne? Aber ist es nicht Enten kommen welche Hast du? Da ist noch einer Hab ihn, hab ihn auch Okay, perfekt Hier unten, 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 unten Bei mir Oh mein Gott Ich hab einen Jawoll Mit 10 Kills, eine 10 Kills Oh Wie viele 24 Spieler waren Am Anfang Joga ist ja komplett krass Dann würd ich erstmal sagen, dann sind wir uns jetzt direkt in der Zweiten Runde So, jetzt sind wir direkt in der zweiten Runde Und wir haben wieder bei das Enderman Kick Und ich würd sagen, wir machen wieder das gleiche hier Hast du ein Schwert? Ja, hab ich Ja, hab ich Komm, wir bauen uns einfach direkt wieder Zum Base Bei mir Bei mir Hier unten Hier unten Ich hab Ich hab Oder ich hab mich gesaved Der hat TNT Oh mein Gott Ich bin tot Ich bin konkret, aber Nee Aber nee Einfach nee Oh mein Gott, was? Du kannst absterben Der ist jetzt Nee Okay Hä? Was war das denn? Also das wär ja Was war das? Gerade Das war eben was besonderes Ey Ich hab mich in dich Gepurlt Du bist tot? Oh man Jetzt sag dir die Runde hol ich noch Okay Der hat genau das, was du brauchst Pass auf Pass auf Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Hilfe Nein Die kam nicht mehr an, ne? So, jetzt sind wir wieder auf der Map Dungeon Und Wer weiß, jetzt ist wieder eine 10-Kills-Runde, man weiß Hoffentlich Aber Die Enderpeller wurde mir geklaut Ich hab nur Crab Loot Ich auch Ich hab aber 8 Dias Guck mal er hier, Junge Was ist er denn? Ich glaube Alter Hier Wollen wir Schade Nein Schade RIP Oh der, der, der Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ja genau ich habe ihn ich hasse erste runde bombastisch zweite runde kacke dritte runde kack jetzt hast du sogar seine clip ist besser eisen chest play mit protection 2 oder unverzauberter die ja chest play ich würde alle meinen die annehmen oh einer wo drunter nur noch eins und ich habe auch noch spinnnetze daran könnte ich auch mal denken wenn euch das video gefallen hat dann könnt ihr bei gustav und bei mir einen daumen hoch gerne und wenn ihr neu seid ein abonnement und ja dann will ich sagen dann sehen wir uns einfach im nächsten video bis dann und ciao